TACE ist eine Abkürzung für transarterielle Chemoembolisation. Das sind jeweils die vier Anfangsbuchstaben von diesen Verfahren und bedeutet, dass man mit einem Katheter unmittelbar zum Beispiel einen Lebertumor herangeht, dort Chemotherapie appliziert und dann das Blutgefäß, über den man den Katheter dorthin geschoben hat, verschließt. Das bedeutet Embolisation und das Verfahren ist eine Kombination aus einer Chemotherapie und einem Gefäßverschluss und dadurch kommt der Name Chemoembolisation.